Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 28. Mai 2021. Ihr hört heute die Geek Talk Daily 1010 und heute habe ich euch die folgenden Themen mitgebracht. OnePassword, Oppo, Acer, 90.000, Spaces und Halide. Ich beginne mal mit OnePassword. Die haben eine Neuigkeit rausgehauen und das betrifft unter anderem die Browser-Erweiterung und auch die alleinstehende Browser-Variante von OnePassword. Unter anderem lässt sich jetzt mit Touch ID und Windows Hello das Ganze entsperren. Und das ist eine sehr, 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 sehr nützliche Geschichte, würde ich mir behaupten. Auch unter der Linux-Version, welche seit kurzem offiziell draussen ist, ist die Möglichkeit freigeschaltet, wenn es das Modell, was ihr nutzt, unterstützt. Und es gibt auch einen Dark-Mode. Wer also immer schon mal durch seine Passwörter im Dark-Mode wandeln wollte, der kann das jetzt tun und zwar offiziell. Dann gibt es Neuigkeiten zum Find X Pro 5G von Oppo. Das ist nämlich, zumindest nach Aussage von Oppo, das erste reine oder mit einer reinen nur 5G eSIM ausgestattete Smartphone. Tails ist der Provider, über den sie das aktuell am Testen sind und soll dann irgendwann auch mal auf die gesamte Menschheit losgelassen werden. Zumindest in den Ländern, denke ich mir doch mal, wo 5G dann auch einigermassen verbreitet ist. Dann geht es weiter mit Acer. Die hatten heute ein Event, ihren Next-at-Acer-Event, welcher normalerweise im Frühjahr immer in New York stattfindet, also offline und jetzt das zweite Mal in digitaler Form stattgefunden hat. Und ja, was haben sie Neues gezeigt? Irgendwie haben sie ihren ganzen Fuhrpark, wie ich das so schön geschrieben habe, mit einem Update versehen. Unter anderem die Aspire-Reihe, denn Acer hat auch das Thema Umwelt für sich entdeckt und zwar in ganz gross und ganz fett. Irgendwie war fast alles, was in dieser Kino gezeigt wurde, mit dem Thema Umwelt in Verbindung gebracht. Und nicht falsch verstehen, das ist auch gut so. Ein Trend, den Apple aufgeworfen hat und konsequent durchzieht, geht jetzt auch hier rum. Acer ist schon länger dran, zum einen mit den ganzen Verpackungsmaterialien, die sie schon seit einigen Jahren sehr, sehr interessant und auf nachhaltig gestaltet haben. Aber auch natürlich mit der Reparatur im eigenen Land. Zumindest hier in der Schweiz ist es so, dass die Geräte alle in Zürich oder in Nähe von Zürich gerepariert werden und nicht irgendwo in fremdes Land geschickt werden für die Reparatur etc. Was ist jetzt beim Aspire Vero neu? Das ist ein Produkt, was mit Fokus auf Nachhaltigkeit gemacht wurde. Zum einen ist die Verpackung zu 80 bis 85 Prozent aus recycelbaren Materialien gefertigt und der Druck ist mit Sojatinte gelöst, finde ich ganz spannend. Also der Aufdruck auf der Verpackung und das Gerät selber ist zu 100 Prozent aus recycelten Plastikabfall oder eben Plastik, was recycelt wurde, gefertigt. So schaut es natürlich auch aus, gesprengelt, farbig und so weiter. In meisten Fällen in Grau, weil alles zusammengemischt gibt es irgendwie. Und dann hat es noch Orange oder Gelbe. Was waren es genau? Akzente unten dran. Finde ich ein interessantes Gerät, genau wie die anderen, die jetzt noch folgen werden. Auch die Swift-Serie wurde überarbeitet. Die Swift X kommt jetzt mit einer GeForce RTX 3050 Ti. Das heisst, wird kommen mit dem neuesten Intel-Prozessor mit einer 1TB SSD, 16GB RAM und das Ganze bei 1,39 Kilo, kommt ein mobiler Rechner. Noch ein paar andere Details, aber wer sich da genauer einlesen will, daily.geektalk.ca oder in den Shownotes eures Podcatcher des Vertrauens. Findet ihr einen Link drin, wo ihr noch genaueres nachlesen könnt. Dann haben sie auch vier neue Chromebook-Modelle vorgestellt. Achtung dazu, die kommen erst im dritten Quartal 2021 auf den Markt. Unter anderem, die grösste Neuerung ist ein 17 Zoll Chromebook, welches auch nach Deutschland kommt und wenn ich es richtig gelesen habe, auch in die Schweiz. Dann gab es auch drei neue Gaming-Monitore. Jetzt ist es gegangen. Genau, einer aus der Predator-Linie. Und da war ich ein bisschen erstaunt, nämlich mit zwei Standfüssen. Also ein zweigeteilter Standfuss. Habe ich auch schon länger nicht mehr so gesehen. Dann ein gekrümmter, ein bisschen grösser Monitor, auch aus der Predator-Linie. Und der dritte, genauso aus der Predator-Linie, ist das kleinste Modell mit 28 Zoll. Ein UHD-Monitor, G-Sync und alles, was man halt so fürs Gamen gerne mit drinnen hat. Das war so das, was ich mitgenommen habe, respektive mir auch gemerkt habe von diesem Event. Es war noch das eine oder andere mehr drin. Aber wie gesagt, das war das, was ich jetzt hier für euch mitgebracht habe. Dann gab es einen Daten, ich will jetzt nicht sagen Skandal, aber einen Daten-Lag bei Klarna, dem Zahlungsoperator. Da hat man nach eigener Aussage nur eine halbe Stunde, aber auch das ist schon zu lang, wenn man sich eingeloggt hat, immer wieder Profile von anderen Nutzern gesehen. Und das ist natürlich eine sehr unschöne Geschichte, vor allem bei so einem Bezahlungsdienst. Anscheinend seien keine wichtigen, wie eben Kreditkartendaten etc. sichtlich gewesen. Aber das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass das Ganze einen besseren Ruf kriegt. Klarna hatte ja schon in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen Probleme in die Richtung und ist auch etwas, was ich nicht unbedingt präferiere. Und ja, schade. Aber ja, zumindest wurde es sauber gemeldet. Von innen aus, das ist schon mal ein Vorteil, das spricht für Klarna in dem Sinn. Da gibt es ja andere Spezialisten. Grüße an Herrn Zuckerberg zum Beispiel. Dann gibt es auch Neuigkeiten zu Twitter Spaces. Das lässt sich mittlerweile nicht mehr nur über die Apps auf dem Android und auf dem iOS-Smartphone nutzen, sondern neu auch im Browser. Wer also möchte, kann da jetzt auch am Desktop mit teilnehmen. Und dann gibt es Neuigkeiten vom Halide-Entwickler. Halide ist eine Kamera-App, die auf dem iPhone und auf dem iPad sehr, sehr beliebt ist, weil es sehr viele Möglichkeiten bietet. Und der meinte zwei Dinge zu der neuen Kamera. Zum einen zu der Frontkamera. Da hat er nämlich entdeckt, wie das Ganze funktioniert mit dieser Funktion. Wenn man sich vor das iPad stellt und sich bewegt, wie das Apple umgesetzt hat, da kommen nämlich nicht zwei Kameras zu Zuge. Das Ganze funktioniert mit einer Kamera und viel Software-Magie. Ich bin ja gespannt, mein iPad Pro 1219 sollte morgen oder anfangs der nächsten Woche ankommen. Dann kann ich das selber auch mal ausprobieren. Und zu guter Letzt hat er noch eine Superkraft, wie er das genannt hat, in den Makroaufnahmen entdeckt. Anscheinend ist es möglich, dass man mit dem iPad viel näher als mit dem iPhone an einen Gegenstand gehen kann. Beim iPhone sind es 8 cm, beim iPad sind es sogar noch weniger. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf wie viel, aber deutlich näher. In den Show Notes habe ich euch einen Artikel von ihm verlinkt, wo er auch ein paar Beispielfotos dazu gemacht hat. Das war's für heute. Euch wünsche ich einen schönen Tag, viel Erfolg und ein bald schon hoffentlich schönes und ruhiges Wochenende. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.